Hallihallo, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von The Sims 4. Ja, wir sind wieder munter und gehen jetzt gerade unserer Arbeit nach und sagen, ja, uns geht's ganz gut. Sag mal, da kannst du ja eigentlich, was kannst du, dich selbst motivieren. Selbstsicher, gut, dann das Lesen. Gut, Spielzeug kaufen. So, mal gucken. Was haben wir hier? Geschichte, Kochsendung, Buch analysieren, gute Bücher. So, Samstag haben wir nämlich schon. Ah ja, kleines Ruhm. Inspiriert, jetzt bist du inspiriert, jetzt kannst du genau mal Zeit zubereiten. Äh... Komm, am besten so. Oh, wir sind beste Feinde geworden. So, in einer Stunde muss ich auf Arbeit sein. Aha! So, von Herzen komm, den Event machen. So, einfach unterhalten, da kommt, wird man einfach sozial. So, zack. Fleißig arbeiten. Machen wir mal plaudern eine Runde. So, gut. Willkommen, der Auftritt verdienen nach... So, die Blase. Hygiene. Äh, ein Feld erkennt! Äh... Freundlich! Ah! So, nicht schlecht. Spaß, 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 Spaß. Äh... Ja, gut. Dann, äh... Spiel ein Spiel. Spiel ein Spiel. Wenn du Spaß brauchst. Äh... Ähm... Öffnen wir das und nehmen das im Gericht. Äh... Öffnen wir das und nehmen das im Gericht. So, ich jetzt blöd, gell? Äh... Ähm... Oh, die macht von selber die Zusatzaufgaben. Das ist natürlich nicht schlecht. Sie von selbst die Zusatzaufgaben macht. Äh... 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 So... Auf einem Spielturm spielen, wenn verspielt. Okay... Äh... 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 Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich glaube, du machst dich mal langsam ins Bett. Los, ab ins Bett. Was denn du? Gemälde beenden. Komm. Äh, Gericht nehmen. Inspiriert. Küche aufräumen. Ah, okay. Kochen. Äh, Gartensalat. Familiegröße. Ah, perfekt. Zwei. So, das spars, das spars. Was? Okay, äh, die ich denn möchte. So, achso, ja, zu Ende machen. Ja, nein, nein, nein. Aber fortsetzen. Einmal schön trainieren. Ist auch immer ganz gut. Motivationsbuch schreiben. Genau. gerade wegen den ganzen bildern sind sie total inspiriert so koch sendung ansehen äh koch renal ah motorik fähigkeit gummi so 3000 natürlich nicht viel auf dem laufband laufen so wenn ich mit ihr los so schreiben ich muss eine stunde schuld auf arbeit sein ist man schnell zum mittag ich bitte dich zu geben So, reparieren wir mal eine Runde. Hier kann ich auch vor allem ansehen. Ok, 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 so und du könntest, ach du brauchst ein bisschen sozial, na, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so, äh, Web, Kontakte knüpfen, Chat, everywhere. Einfach nur, dass es mal ein bisschen sozial, so sozial ein bisschen hochgeht, inspiriert, kocht sich schnell mal was, So, was ist denn eigentlich, komm, ab nach Hause. Reden wir über Träume. So, kochen, komm, mach eine schöne Partygröße. Los, komm. Schokokuchen, einfach nur so. Ok, da ist jemand müde. Äh, da keine plündern, einfach so. Wegwerfen. Gut, das hier rein. Kochen. Ähm. Mach hier so viel essen, das brauchst du gar nicht eigentlich. Ah, Familiensehnsucht, ok. Äh, so, verwenden wir das hier. Gut. Wie lange wirst du noch inspiriert? Drei Stunden, da kannst du immer noch was machen. Kannst du ruhig einmachen. So, kriegen wir das gut hin? Ah, sieben von zehn. Das wird immer besser. Äh. So. Kann man auch nur das soziale hoch. So. Dann hat nämlich dann einfach nur noch Hunger. Guuuut, gut, 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 gut. So, mal gucken. Ja, zum Kompliment machen. Schönen Tag reden. Na, auswahlfreundlich. Äh, Romantik. Wollt du nicht. Wollt du nicht. So, im Wollt du. Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. So, du bist in der Schule, da kannst du wieder fleißig lernen, so, Witz erzählen, dann erzähl mal einen Witz über den Affen. Das geht ratz, das geht echt ratzfatz. Äh, ja, go. Oh, du bist jetzt, glaube, sozial sehr gut drauf. Mal ein Sachbuch. So, jetzt sind wir inspiriert. So, komm, noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen. Immer noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen. Freundschaft nicht schließen. Ein Verlag verkaufen. So, dann machen wir das noch. Aber noch ein bisschen aufräumen. Geht immer. Beweißern, komm. Geht immer. Beweißern, komm. So, dann würde ich sagen, äh, gehen wir dann nochmal schnell. Hopp. Hopp. Gott, Mann. Er soll da mit Adam fangeln. Jetzt sitzen wir rein. Aufräumen? Aufräumen? mann 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 da haben wir es doch auch noch geschafft auf jeden fall so nein wir sind zwar knauserig so verbessern bewusst kann jetzt doppelt so schnell verbessern automatischer seifelspender doppelt so schnell heißt also richtig schnell gut dann würde ich sagen macht das eigentlich schon wieder für diese folge mit dem herrn hier ich mal auf damit ihr nicht so rummeckern musst ja hm 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 ok du hast hunger ähm abende essen servieren fisch tacos ist hast du eigentlich deine hausaufgaben machen wir deine hausaufgaben machen wir deine hausaufgaben nochmal mit dazu dreimal tippen üben genau dreimal tippen üben gut dann würde ich sagen war es das für diese folge ich bedanke mich für zuschauen wenn es euch gefallen hat dann gebt einen daumen nach oben und ich sage erstmal tschüss tschau und auf wiedersehen 拜拜